fährt sich ganz gut mit den Akkuszeit ab ungültige Rundenzeit ich kann die ganze Zeit Vollgas geben Friede, Alter, Friede wieder Ach, hör auf Alter, ich hab mich gedreht Ich war ein Verdammt Es wurden Ja, neunter, wuuu, let's go Sechster Einkurschne Mit ner 1,36, vierter Siebter, mit ner 1,44 Ohne? Ja, ich hoffe, weil Ja, ne Nein, ich möchte meine Reifen aufwärmen Warum kann ich keine Rennstrategie auswählen? Ich will ne 2-Stop fahren, das ist die schnellste Variante hier Ich fahr ohne Stop durch Boah, das ist mutig, ey Aber super soft Boah, ging? Boah, ich muss rein Was ist das denn? Scheiße Da hat mich direkt einer rausgekegelt Wolfgang, sorry Du brauchst du langsam Ja, du hast mich mit rausgekegelt Ey Barbarossa ist faster than you Ich lass mich nicht vorbei Da kommt jetzt der Mega-Dive-Bomb, pass auf Ey, lol Junge, was war das für ein Selbstmordattentat, ey Du bist in mich reingeleckt Ich? Gar nicht Ich bin gerade ausgefahren Nee, was ist das einfach neben dir? Ja, weil ich besser rausbeschleunigte ab als du, du Hammel, ey Ey, was war das denn? Willst du mich verarschen, ey? Alter, du bist voll in mich reingefahren Oh, scheiß Ey, bei mir war ne Fubreifer Oh, ne Ja, geil Neunter Wuh, ich krieg Punkte Du bist mir auch voll in den Seitenkasten reingefahren, Mann Ich bin losgefahren, auf einmal waren drei Autos vor mir in seitlicher Richtung unterwegs So, what the fuck Also, ich bin gerade durchgestartet Und Wolfgang kam von links nach rechts und war zu langsam Also hab ich ihn aufgegabelt Also, ja, dann halt Und du hast ihn weggehauen und er hat mich dann weggehauen Ja, genau Ja Hallo? Ja? 18 Sekunden Scheiße, Mann Ja, ich fahr auch gerade draußen im Dreck um Hallo, du sollst auf der Strecke bleiben Du bist ein Beamter, die haben es nie eigentlich Ja, ohne Flügelkunden Einfach zu voll zu wechseln Verdammt halt Die wollen nicht aufstehen, ob sie hier klaff werden Oh ja, DRS, zum Glück ist der nächste nur 30 Sekunden vor mir Du musstest, glaub ich, unter einer Minute sein, dann kannst du's aufmachen Hehehe Reicht nicht schon unter einer Runde? Oder mal ne gute neue Regel und so DRS ab unter einer Minute Hehehe Philipp, wo bist du? Ach ne, ich bin noch vor mir Ey, weißt du, wo ich anfangen musste brennen? Ja? Eine Runde, elf Sekunden wollte ich nur sagen Ach komm, ey Weißt du, wo ich anfangen muss zu bremsen, ey? Beim, beim 150er Schild Ja, kommt doch an, auf welche Kurve, ne? Ja, wollt grad sagen, ey Weißt du, wo ich anfangen muss zu bremsen? Hast du einen Blattfuß? Ich bin so nett, war's Ja, dann krieg ich dich vielleicht sogar auch noch Hast du wirklich einen Schatten, oder was? Nein Ja, dann krieg ich dich nicht Boah, ich muss voll früh arbeiten, ich hab keinen Bock, ey Boah, ich bin auch krankgeschrieben Ach du Arsch, ey Das war lustig, ne? Das find ich nett Ich bin neunter Oh Hab ich das Rennen jetzt noch beendet? Yes Na komm, das war stilvoll ein Rennen zu beenden, oder? So geht's, ey Wir haben immer noch keine Punkte für Williams geholt Doch, neunter und zehntter sind zwei Punkte für mich Und Williams Wie bist du jetzt so weit vorgekommen? Der hat gecheatet Ich war nach Radar ausgefahren Mr. Corner Cut, ey Ey, du hattest doch auch kein Flügel, oder? Ähm Also so wieder gefahren ist, hatte der Flügel Ich wurde von der Strecke gerannt, aber ich hab jetzt nicht geguckt, aber was kaputt ist Ich dachte mir ist eh gleich vorbei hier drin Ach, fick dich doch Lenkrad, fick dich Fick dich Lenkrad Uah Oh, cool, die Rennen zählt noch Hahaha Okay, das Das war eine schöne Linie durch Kurve 1, Freunde Das ist zur Zeit, ne? Vielleicht erinnert sich das ja noch Oh Gott, das war eine wunderschöne Pirourette mitten auf der Idealllinie Ich bin beeindruckt Und es geht weiter Oh, fucking Keyspan Bitte? Ich wollte grad sagen So, komm ich noch ins Ziel, oder? Nein, 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 nein Wie fällst du denn da? Mach dir nichts raus, der alte Williams steht vorne Das ist die... Ah, nein Hahaha Ich will hier keinen Driftmodus, Alter Regen ist überhaupt nicht so scheiße Was? Was? Alter Ey, Zehnter Alter, Philipp, Regen ist echt dein Ding, was? Ich sage es doch, Regen ist mein Ding Wow Muss ich nicht wieder jagen, ne? Boah, scheiße, ich bin ja letzter Probier's Was für eine Scheiße, ey Egal So, bitte Trockensetup Oh, was ist mir das schwer, ey Oh shit Alter, nicht... What the fuck? Nein, 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 nein Wer war das? Ist das euer Ernst, ey? Oh, Frieden, an mir kam noch recht einer vorbeigetroffen Ja, aber damit müsst ihr echt auf... aufhören, wenn sie kommen Was? Wer war denn das eben? Ihr müsst viel ruhiger werden Ich musste ausweichen, ich konnte nicht mehr bremsen und denken Und Maurice, der hat erstmal hier alles ausgenutzt Nö Ich war auf zwei Verdammt Ey, du... was? Ich hab nicht mal 300 Loffer geraden Ich hab nicht mal 300 Loffer geraden Ohhhh Wow, das war wunderschön Als würde er denken, die ich nie mitgenommen hab Als würde er denken, die ich nie mitgenommen hab Aber das ist ja da befriedigend für den Arsch, was ich hab hier, ey Fährst du auch Top Street 295? Weiß ich nicht Hahahaha Ich hab das Gefühl, dass das Auto total schlimm ist Also liegt die Überred Ich bin so mit dermaßen schnell in den letzten Sektor. Hallo! Mario, du hast ne Zeitmaschine benutzt du das? Ich fahr für Scheiße hier im Boden! Frido, du bist einfach ewig gerne hinter mir hergefahren, dann guck er dich schnell voran! Ewig! Ich fahr nicht weit 300! Boah, ich mach hier aber auch nen Rotz, ey! Ja, bei mir genauso! Ich will nicht wieder letzter werden! Keine Angst, du wirst mit! Das nenn ich Optimismus! Los! Schießen ab! Ich bin jetzt ja schon in der Box! Was ist denn vor der Lache? Ach, da muss noch einer in der Box! Ja, ich brauch mal wieder ne neue Frontzüge! Ich auch! Ich warte mal auf die, aber noch ein bisschen falsch! Ich bin jetzt ganz langsam! Niemals, du kriegst mich nicht! Ach, hey! Ist ja geil! Hier sieht man, als ob einer übern dort Dreck geschossen ist! Da kommen auf einmal Spuren von... ... von Querfeld ein! Boah, ich dachte, mein Auto explodiert, ey! Hinter der einfach! Hinter der Strecke! Ich wollte aus der Boxgas rausfahren, da hat der mich auf sich weggesetzt! Und... Oh, ein nice Battle um Platz 4! Schieß ihn ab! Sind das 3 Sekunden? Yes! 4,1! Yes! Platz 5! Aber schöner Zweikampf mit Chris war das, glaube ich! Ja! Das war echt schön! Alter, ich bin auch verstanden! Vierasen! Von der Boxengasse! Jetzt repariert er mich nicht! Bist du überhaupt schon im Ziel? Das war mein Teamkollege! Das stimmt überhaupt nicht! Alter, ich guck's mir gleich in der Wiederholung an, mein Freund! Das warst du! Ungelogen! Du bist da voll innen reingesteuert, du warst ganz innen, oder? Ey! Ich guck's dir aus, guck's dir an, ich hab mal wirklich keinen berührt! Alter, das war direkt vor mir! Und irgendein Auto war innen! Das... Das blöde ist, hier... Horeos, da... In der letzten Runde, fährt rechts über die Wiesen! Ich guck ihn an und fahr in die Stupfe nachher! 100 Meter? Ja, bei 70 kannst du auch bremsen, wenn Friede vor dir ist, alles gut! Nein, 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 nein! Aber bitte außen bleiben, denn ich bleib innen, ja? Freunde! Ich behol dich alle beim Stase! Wer drückt denn da nicht? Mönch! Mönch! Jungs, ich überstart! Hehehe! 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 Teammate! Ja, ich ging fest an! Hehehe! Du hast für meinen ganzen Schaden! Pass auf! Hehehe! Das bin ich ja letzter! Hehehe! Hehehe! Oh! Diebomb! Oh, mein Start war so... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hehehe! Oh! Hehehe! Boah, wir ziehen den so in den Pummen rein, boah. Paparossa, du bist Kamikaze, ne? Das war ich nicht, das war der. Das war der Daniel. Schönen Abend noch, Daniel. Jo, eh so, tschau. Und Philipp ist unter Pressure. Oh, Mann! Er hat es nicht sagen sollen. Vor mir, vor mir, der Kamerad Maurice. Sorry, ich fahr gerade das erste Mondgun in diesem Spiel, ich bin maximal überfordert. Ja, man merkt's, Junge, deine Kurvenlinien sind supreme. Er hat mich stark aufgehalten auf jeden Fall. Wo ist denn diese scheiß Linie, Mann? Muss diese Nu-Linie anmachen. Gibt's denn hier? Die Nu-Plinie. Soll ich mit Edding auf meinem Bildschirm schreien, oder? Attacke! Na, die ist danach. Als Head-Up, wa? Genau. Na, Head-Up. traumatic. Was ist da so aggro? Ah, keine Ahnung. Ist nur der Hausdraucher, alles gut. Der Hausdraucher. Ungarn mit dem Monaco-Zetter fehlt sich übrigens gut. Daniel K. Seid, der ist doch raus, oder? Ja. Und warum dreht sich die KI vor mir? Was ist denn das für eine Scheiße? Der fährt die ganze Zeit immer noch da unten im Kreis. Vorletzte Korbe. Fährt eine KI im Kreis. Junge, ich muss gerade so heftig laden, wäre fast Pipi rausgekommen. Shit. Oh, du Lutscher, ey, du hättest mich fast gekriegt. Man, das war ein schöner Kampf um den zweiten Platz, man. Ja, bisschen weit weg war ich noch. Ja, eine Sekunde, du warst eine Schlagdistanz. Ich bin auf dem Podium. Ne, Williams Doppelpodium, dass ich das noch erleben darf, ey. Wo ist er wieder? Ich komm noch? Die KI ist so geil. Ja, schöne Donuts, ne? Aber rückwärts. Geht die KI da immer noch? Ja. Zweiter. Yes. Komm schon, Teammate. Du schaffst das noch. Easy. Ja, Doppelpodium für Williams. Au, au, au. Ja, Junge. Das ist hier keine Kaffeefahrt. Das war voll der Überstart. Das war echt ein Überstart. Das war richtig heftig. Ich bin einfach an allen vorbeigefahren. Oh, Philipp. Oh, schade Andi. Ja, ich muss sie auch mal raus. Ich wünsche ihr aber eine Gute Not, ne? Ja probability ich euch auch. Und dann -, isst euch der Sonntag. Josh. Yeah. Spätestens. Tööööööööööööööööööö. YES! 18 Punkte, jetzt bin ich vierter an der Wertung. Hinter Niko Hildenberg undوتio Peres. Hä? Aber vor Münch und Maurice, hey. boom so läuft das so habe ich das gerne punkte weggeworfen gerade ja ich brauche immer nur noch ein rennen bitte ich kann doch nicht nur gut sterben halt ich kann nicht ein bremspunkt aber ich wollte schon halt dafür ich hab auch schon kein frontspiel ich bin raus ja ich hab die teile da rumliegen sehen dieser kackhochel was ist ein fies vorn flügel ja vor allem in der löws haarnasel wie bescheuert ist das denn auf oder oder Ich denke. Ja. Achtung! Achtung im Schwimmbad unten, da fliegt mein Auto. Was? Was? No fucking way! Das ist der Zweite. Zwölfter! Oh Münch, ey! Wo bremst du denn? Ich weiß, ich weiß nicht. Ich hab Friede überholt! Ja, warum? Oh Gott! Oh Jungs, ey. Ja toll. Ich hab doch bescheuert, ey. Total Schaden. Zu dritt durch die Kurbe, das geht nicht. Dritt? Das war mindestens fünf. Der ist nur noch hoch. Oh, ich fahr mit Rückgrattsgang hier in die Kurbe rein, das ist gut. Ich war im Neutral. Schade, mein Schafer Friede. Friede, bist du noch drinnen? Äh, ne, ich guck's tu, ne? Wie du grad gegen die Mauer fährst. Das war ohne Flügel und, äh, naja. Wлинch, hörst du noch? Jo. Du nicht? Nö, du. Da bist grad dann mal im Flügel vorbeigefahren. Kannst du dein Auto irgendwo rumstehen sehen? Ja, das steht auch irgendwo. Hehehe, falsch geparkt, wa? Oh, der nächste. Jaa, geil. Ohne Flügel, lass mich raten. Ja, der Flügel war schon ein bisschen der Eimer, ja. Genau dieselbe Stelle habe ich. Ey, das ist in der Flügel dabei gewesen, ihr hattet doch irgendwie gleich vorne da am EFA gebaut, die Fahrt auf der Insel da an euch vorbei, am Start. Musst dann aber die Position wiedergeben, weil ich ja abgekürzt habe, weil ich über die Insel gefahren bin. Und musste dann, die Zeit war fast abgelaufen, musste euch durch die langen Gerade, die da bergauf geht. Musst die euch durchlassen. Ja, das hat zum Umfall geführt. Ja genau, das war echt eine blöde Situation gerade, ja. Ach, du bist doch so langsam außen gefahren, ne? Ja genau, ich musste euch vorbeilassen. Ich hatte nur noch 5 Sekunden oder 3 Sekunden, um euch vorbeizulassen und dann ist es desqualifiziert gewesen, ja. Ja genau, das war das Problem. Ich kam dann an der Seite nicht vorbei, weil da jemand war. Und dann hab ich gebremst und dann hatte ich schon den hinten drin sitzen. Echt lieb, ja. Und dann war es vorbei. Nee, scheiße, war das eine Runde zu früh? Fack! Mann! Mann! Ah, Mann! 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 Wer hat der Auto getrockt? du kannst jetzt crashen und das gewonnen ja ungelogen will ich jetzt nicht ja weil die alle zu früh ausgeschichten ja eine runde zurück bloß der 3 ja das reicht ja so jetzt bin ich dritter jetzt mache ich friede hier druck und moris führt wird er hat seine punktausbeute in monaco verdoppelt so ein nächstes das so was gerade als nächstes in der letzten kurve hast du es mir abgenommen der letzten kurve friede ich war schneller als du ich habe mich in der letzten kurve fast komplett umgedreht habe es gerade so abgefangen habe dann kein ds aktivieren bin über die linie gerollt ich habe mir die letzte kurve komplett gedreht ja also gut 1 also 1 47 krieg ich auch noch hin 1 47 hoch halt aber wir können ja mal probieren dass wir alle durch die erste guck uhr jungen was war das für selbstort attentat du mein teamkollege hat mich abgeschossen was war das für növer und manöver gegen münsch ey das war ja hart ausgangs uruch zack vorbei das gibt's doch nicht das war ja eigentlich egal oder welch doch du hast mich mal weggerammelt ich stand doch selber quer ja warum bloß oh junge was machst du da ach halt das maulstrategie Jetzt ist mir einer hinten rein gefahren. Nö, hinten hinten rein. Das war neben dir. Ja, das war glaube ich ein bisschen meine Schuld. Ich bin auf die erste das Hacken umgekommen. Linke Vorderrad, weg. Und tschüss. Boah, Maurice, was machst du? Ey, nervös sein. Ich geh dir auch schließlich um die Meisterschaft. Du bist am Platz 2. Und dann bin ich zu nervös. Boah, der ist ja immer schlimmer hier bei mir. Jetzt oder nie, Attacke gegen Maurice. Schön durch Oroche gekommen. Und... Fick dich doch mal aus dem Wild, ey. Wie fühlst du mich denn? Alter, das geht. Ich kann so nicht fahren, ey. Oh, gelbe Flagge. Oh, jetzt geht das wirklich in die Meisterschaft hier mal rüber. Das ist auch möglich, wenn ich mir den Mikro aufkomme. Das geht gar nicht, ey. Willst du mich verarschen? Ja. War ein bisschen mutig. War ein bisschen zu mutig, gebe ich zu. Wie ist denn das? Warum machst du da Piknick da? Nee. Kaputter Frontflügel. Wegen Maurice. Ah, okay. Was? Weil voran hat, warum ist denn das Frontfühl kaputt gegangen, als du von gerade hin reingefahren bist? Ich mein, ganz rechts an der Linie bin ich gefahren. So, Friede gewinnt den Titel. Also bei dem Fall würde ich gerne ein hundertprozentiges fahren. Ich werd Vize. Ich bin sowieso für hundertprozentig. Ich hätte auch kein Problem damit. Aber viele andere wahrscheinlich. Ja, es nimmt halt Zeit in Einspruch, ne? So, yes! Na Maurice, wie gefällt dir das?